hallo und herzlich willkommen zur weiteren folge on the road jetzt wird es mal wieder weiter gefahren ich wollte ja irgendwann mal da ankommen in was war es mit stuttgart ich könnte ja ja machen wir so ich fahre jetzt eine ladung doch mal nach münchen dass keine langweilung entsteht so ich hatte vor ich hatte vor da mal hinzufahren ganz entspannt und dieses let's play beziehungsweise dieses let's cook werde ich teilweise passieren das habe ich mir gerade so überlegt weil jetzt sind wir hier bei zwei minuten also sage ich mal bis so 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 Untertitelung des ZDF, 2020